Ich weiß eine Geschichte. Es war einmal ein Mann, der stand auf einer Anhöhe. Eine Gruppe von Männern, die gerade die Straße entlang kamen, bemerkte von Weitem den Mann, der auf der Anhöhe stand, und sie sprachen miteinander über diesen Mann. Einer von ihnen sagte, er muss sein liebstes Tier verloren haben. Ein anderer sagte, nein, es muss sein Freund sein, nachdem er Ausschau hält. Ein dritter sagte, ihr genießt nur die kühle Luft dort oben. Die drei konnten sich nicht einigen, und die Diskussion, wollen wir nachher eine abhalten, ging weiter, bis sie die Anhöhe erreichten, wo der Mann stand. Einer von den dreien fragte, o Freund da oben, hast du nicht dein Lieblingstier verloren? Nein, Herr, ich habe keins verloren. Der zweite Mann fragte, hast du nicht deinen Freund verloren? Nein, Herr, ich habe auch meinen Freund nicht verloren. Der dritte Mann fragte, genießt du nicht die frische Brise da oben? Nein, Herr, das nicht? Was also stehst du da oben, wenn du Nein sagst auf all unsere Fragen? Der Mann oben sagte, ich stehe hier nur.